Der Geisterhaus So, nun haben wir aber genug vom Geisterhaus erzählt. Hinein ins Reich der Gespenster! Und du, Graf Dracula, legst dich wieder in deinen Sarg bis zur nächsten Geisterstunde. Ja, dann werde ich aber wieder mein Unwesen treiben. Mich dürstet nach Menschenblut. Kriegst du schon Angst? Danke schön! Geht schon Feuer los, da hast du, oder? Ja, geht schon Feuer los. Und ich habe ihm noch gesagt, den mit dem Moos gefällt mir am besten. Ja, den mit dem Brokkoli. Ich habe unsere Karten schon. Sehr gut! Guck mal! Wir sehen aber auch fertig aus so. Das sind wir gleich. Allein da oben, weißt du? Wir müssen wieder oben langfahren. Also von der Außen ist das Licht so mal wirklich wieder so. Also, ich bin echt gespannt. Hast du Bock oder auch nicht? Ich glaube, das ist so eine Mische aus beiden. Ich glaube, so ein bisschen Angst. Deswegen lache ich einfach wieder, wie so eine Bescheuert. Wir müssen jedenfallsί. Es ist auch nicht. Interessant! Der weiß der Stadt. Diese! Ja, ripping dein Dick! Und werde muß an die医 KI-ASS- метodeln. Können kippen! Wer gemacht hat nicht? Ist das, was du? Nein es ist hier? Hmm! Ein Eier! Genau. Ah,ucius weiß! Das Kind ist ja nicht so lang. Der Junge hat sich was eingekackt und der Vater. Was hab ich dazu gezeigt? Was hab ich dazu gezeigt? Was hab ich dazu gehört? Timing! Timing ist alles. Mir gehts nicht gut. Boah Anna! Ab gehts! Machst du, dass die so geschrien hat? Martin! Was ist los? Oh Martin! Da liegt ein Toter! Ja! Nee! Von Lappen! 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 Was hat warm hier denn? Waaaaaah! Hallo! Woho! Ahahahahaha! Hat treesm相ák muitas konstoliner! Doch! Hon Lappen! Eee acontece! Dodger! Es ist so dunkel, es ist so dunkel. Es ist dunkel. Es ist dunkel. Es ist dunkel, es ist dunkel, es ist dunkel. Es ist dunkel, es ist dunkel. Das ist ein schönes Gesicht, danke schön. Und der hat gefehlt. So, ich hätte ja gern das Fazit zur Geisterbahn zusammen mit Anna gemacht, aber die kann nicht mehr. Doch, kannst du holen? Der hier. Tata. Ich hab, ohne Scheiß. Oh, wie weh! Ich hatte ja gesagt, ich kann gar nicht gucken. Ich hatte ja gesagt, ich kann gar nicht gucken. Ich hatte ja gesagt, ich hab gar nicht gewonnen. Nee, das war nicht gewonnen. Das war Aachen. Was war das für was für die Bahn? Das war Horns und Kasse. Verlinken wir euch da. Da hab ich schon gedacht, das ist die geilste Bahn gewesen. Geisterstadt. Nichts geht über diese Geisterstadt. Das ist unglaublich. Die haben, glaube ich, ungefähr fünf bis sechs Geäckter. Die verteilt da drin sind. Sie laufen einem auch hinterher teilweise. Danach zum Schluss hin. Es war die ganze Zeit dunkel. Und da kam von jetzt auf gleich, warm, warm. Von links, von rechts. Da kamen ständig irgendwelche Figuren an. Die kamen auch einweg. Aber auch viele. Die Farb war lang und alles. Die Farb war lang. Also ich meine, wir haben jetzt fünf Euro bezahlt. Und es wurde uns wirklich richtig was gefehlt. Ich bin geflasht. Ich bin total geflasht. Was soll ich sagen? Ich glaube, wir hatten beim Geisterdorf ja einen Kommentar da drunter nach dem Motto, Also ihr müsst mal Geisterstadt machen. Jetzt wissen wir aber auch. Ich bin Schweiß gemacht. Ja. Nicht nur jetzt. Ich war nicht. So ging das nämlich die ganze Zeit. Die ganze Zeit, wirklich. Also das ist unglaublich. Ja. Von daher, Anna, komm jetzt erstmal wieder runter. Ein Highlight. Ein absoluter Highlight hier. Das ist einfach nur geil.